Jonas Schulze, bester Ladendetektiv. Jonas Schulze, bester Ladendetektiv. Jeder Ladendieb wird manisch depressiv. Neue Woche, neues Drama. Rapper Kool Savas sprach mit dem Spiegel über seinen Umgang mit Frauen, Sex, mit Groupies und Sexismus. Doch nicht alle glauben dem, was er sagt. Selena Gomez schockierte am Wochenende, als sie ihre Beziehung zu Benny Blanco öffentlich machte und sich mit den Fans in den Kommentaren stritt. Auch Taylor Swift schockierte vergangene Woche, als sie in einem Interview über die Zeitsprache, in der Kanye sie ständig öffentlich demütigte. Und zu guter Letzt sprechen wir über die Amazon Prime Serie Gen V. Fangen wir direkt mit Kool Savas an. Am 8. Dezember veröffentlichte der Spiegel ein Interview mit ihm, Rapper Kool Savas, über seinen Umgang mit Frauen. Was wir über ihn wissen müssen, er ist Rapper, Coach bei The Voice Rap und mittlerweile auch bei The Voice of Germany. Und er war in der Vergangenheit, ja, wurde er öfter dafür kritisiert, was er so für Musik macht. Vor allem frauenfeindlich und gewaltverherrlichend. Zum Beispiel der Song Lutsch, mein Schwanz. Ich meine, das war halt so die Zeit, also Rapper damals. Das ist eine andere Zeit. Ja. Auslöser dieses Interviews war, dass mehrere Frauen sich bei seinem Label darüber beschwert hatten, wie der Rapper mit ihnen umgegangen sei. Diese Frauen wollten auch mit dem Spiegel sprechen, aber anonym. Und ich frage mich auch, ob da ein Artikel erscheinen wird oder ob das jetzt einfach nur bei diesem Interview mit Kool Savas bleibt. Das ist halt die Frage, ne? Der Spiegel stellt klar, bei den Vorwürfen geht es nicht um körperliche Übergriffe, sondern um sexistisches Verhalten und sexistische Kommentare. Er habe Frauen in seinem näheren Arbeitsumfeld und Fans beleidigt und sie zu Sexobjekten degradiert. Ach ja, dann. Im Kontext dieser Vorwürfe möchte er für sein Verhalten jetzt gerade stehen. Es wird betont, dass er ein sehr moralischer Mensch sei. Er macht sich stark gegen Rassismus, Massentierhaltung, Klassismus. Und dementsprechend fragt dann die Intervieweerin, ja, wie passt das jetzt mit diesen Vorwürfen zusammen? Er sagt, auch Menschen mit moralischen Ansprüchen machen Fehler. Ihm sei bewusst geworden, wie schrecklich er war, als ihm ein weiblicher Fan auf Instagram folgenden Vorfall beschrieb. Und zwar war sie auf seinem Konzert, hat ihn angesprochen, meinte, kann ich mit meiner Freundin Backstage kommen. Und er meinte, sieh ja, du nein, weil du zu hässlich bist. Oh, wow. Ja. Und das haben ihr eine sehr große Unsicherheit ausgelöst. Ja. Er sagt im Nachhinein, dass er einfach cool vor seinen Freunden sein wollte. Auf Instagram? Ja. Wo er nur eher das sehen kann, theoretisch? Cool sein vor seinen Freunden. Das war doch auf Instagram, oder? Nee, nee, das ist auf einem Konzert passiert. Ach so, live? Ja, 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 ja. Ach so, sorry, irgendwie hab ich gedacht, irgendwie geschrieben, okay, vergiss es. Nein, 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 das ist live passiert. Sie hat ihn nur darauf angesprochen und meinte so, ey, das und das hast du damals gemacht, das war richtig scheiße. Ach, das war auf Instagram, okay. Und er hat sich auch dafür entschuldigt. Und er reflektiert halt in dem Interview im Nachhinein so, ja, ich glaube, ich war einfach selbst sehr unsicher. Ich mein, guck mich an, ich bin halt auch kein Model. Und ich wollte einfach cool vor meinen Freunden sein. Mhm. Es ist halt ja so, wie das umfällt. Ja, ja, kennen wir, kennen wir, ja. Er sagt, das sei alles gelaber, dass man vielleicht unter Kumpels sagen kann, aber nicht zu Frauen, woraufhin die Interviewerin meinte, oder einfach gar nicht. Und er so, ja. Ach, stimmt. Das ist ja auch eine Option. Er ist schäme sich und im Rahmen seines Vaterseins begann er dann auch über den Umgang mit Frauen nachzudenken. Auslöser war, dass sein kleiner Sohn irgendwie Streit mit einem, ja, mit einem Mädchen hatte und er ihm halt einfach nicht helfen konnte, wie er damit umgehen kann. Er sagt, ich habe Fehler gemacht und ich habe mich unkorrekt verhalten. Ich war ein Arschloch. Der konnte seinem Sohn nicht richtig helfen. Der ist doch schon 40, oder nicht? Hat er nie Kontakt zu Menschen gehabt? Boah, okay. Traurig, sehr, sehr traurig. Er sagt, und das fand ich interessant, dass er in einem sehr feministischen Haushalt aufgewachsen ist, in denen halt die Frauen regieren und sein Vater war ja Kommunist oder ist ja Kommunist. Seine Eltern brachten ihm halt von klein auf bei, dass alles, was man tut, politisch sei und er ist halt auch dementsprechend in einer Familie groß geworden, die einfach immer sehr politisch korrekt war. Dann erzählt er auch, dass sein Vater mit sechs, also als er sechs Jahre alt war, inhaftiert wurde in der Türkei. Er war ein politischer Gefangener, gefoltert wurde. Er hatte eine beschissene Zeit, vor allem auch mit einer alleinerziehenden Mutter. Die litten unter Armut. Er wurde gemobbt. Er hat die Hauptschule mit 16 abgebrochen. Er litt auch teilweise unter Depressionen. Und das war einfach so eine Zeit der Unsicherheit, bis er dann einfach gemerkt hat, dass er richtig gut rappen kann. Und als er erfolgreich wurde, kam dann damit auch so der Boost, der Ego-Boost. Okay. Cool Story, bro. Er sagt auch, dass seine Mutter seine Lieder hasst und sie auch gar nicht seinem Vater zeigt, weil er sich auch insgesamt für den Lifestyle seines Sohnes einfach schämt. Er sagt auch im Nachhinein, dass so Songs wie Lutsch mein Schwanz, über den ich vorhin gesprochen habe, dass er den gar nicht mehr spielt und dass er auch gar nicht mehr so Wörter wie schwul als Beleidigung nutzt. Also, dass er sich einfach verändert hat dahingehend. Auf die Frage hin, wie er sich dann so entwickeln konnte, erklärt er, dass es gab ab einem Punkt niemanden mehr, der ihn korrigieren konnte, der ihm gesagt hat, das, was du tust, ist scheiße. Er hat sich einfach an sein Umfeld angepasst und da war es einfach normal, sexistisch zu sein und auch Sex mit Groupies zu haben. Er vergleicht auch den Sex mit Groupies mit exzessivem Drogenkonsum. Man verliert einfach irgendwann den Überblick. Er kann auch gar nicht mehr sagen, mit wie vielen Fans er Sex hatte. Man jagt nur dem Rausch hinterher und es geht am Ende des Tages auch nur ums eigene Ego. Und das alles wird auch noch durch diese Tourauftritte versteckt, weil man sich halt einfach wie Gott fühlt. Also, die gar tausend Menschen kommen, nur um eins zu sehen. Er sagt aber auch, dass der Sex mit allen Frauen immer einvernehmlich war. Dennoch, Sex mit Groupies ist fahrlässig und falsch und durch das Machtgefälle ist selbst so eine Einvernehmlichkeit eigentlich schwierig. Das kann er so mittlerweile sagen. Und die Lösung für ihn ist, das Vergangene mit der Tour Crowd aufzuarbeiten und Lösungswege zu finden, damit dies einfach nicht mehr passiert. Und als gutes Vorbild nennt er auch Bad Moms Jay. Er sagt auch generell, dass diese neue Generation von Rappern einfach ganz anders ist. Die sind super woke und die haben ein ganz anderes Verständnis dafür, wer sie sind und wer die Fans auch sind. Wie knapp darf sich eine Künstlerin zeigen in ihrer Musik, in ihrer Kunst? Wenn wir in die Oper gehen, ins Theater, ins Ballett, sehen wir auch wunderschöne Balletttänzerinnen mit engen Bodies und darüber wird dann nicht diskutiert. Aber wenn du laut bist im Rap und gleichzeitig knapp angezogen, dann clasht du mit einem maskulinem Medium wie Rap und mit einer sehr ultra-feminin Art. Und das zusammen bringt diese riesen Diskussion hervor. Und dann habe ich mich angefangen mit Feminismus zu beschäftigen und wie das eben zusammenpasst. Und ich bin sehr gerne Feministin, ich bin sehr gerne Neo-Feministin. Ich freue mich darüber und ich freue mich auch, tausende Gespräche darüber zu führen. Ich gehe da voll auf. Er sagt aber, dieser sexuelle Machtmissbrauch ist kein alleiniges Rap-Problem. Das passiert halt überall dort, wo es Machtgefälle gibt. Deswegen ist es so schwierig zu sagen, ja, ja, die Rapper, die sind so und so und so. Und das stimmt auch, es passiert ritually überall. Ja, klar. So, und dann gab es einen... Ich meine, okay, so heißt ja nicht, nur weil es Anschuldigungen gibt, dass die auch immer stimmen, das wissen wir auch. Ich finde es nur total komisch, warum auf einmal dieses Interview. Er, also gut, ich habe halt von ihm, ich habe ihm nicht gefolgt oder verfolgt. Ich weiß nicht, wie er seine letzten Jahre verbracht hat. Aber ich glaube schon, dass wir mitbekommen hätten, wenn er, ja, Interviews gegeben hätte, wo er irgendwie für Frauenrechte kämpfe, was auch immer. Wenn er wirklich sich öffentlich für Dinge eingesetzt hätte, glaube ich schon, dass wir das mitbekommen hätten. Ich finde, dass dieses Interview einfach auf einmal kam. Es ist ja nicht auf einmal. Der Auslöser war ja, dass viele Frauen sich gemeldet haben, um den halt... Genau, das meine ich ja. Er tut so, als ob er sich halt gebessert hätte. Und also ich habe das Gefühl, so kommt das rüber, dass er dieses Interview jetzt führt, weil es das Richtige ist, das zu tun. Und weil er also aus eigenem Antrieb das machen möchte. Aber dabei gab es ja diese ganzen Vorwürfe. Und ja, ich finde irgendwie, vieles wirkt an den Haaren herbeigezogen und irgendwie erklärt und wir müssen ihm jetzt verzeihen und dann ist es okay. Genau. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so überzeugt. Die Reaktionen sind dementsprechend genauso. Viele geben ihm Props dafür. Endlich jemand, der die Vorwürfe halt nicht abstreitet, sondern dazu steht. Hier schreibt jemand, ich weiß, dass viele das hier trotzdem kritisch sehen, dennoch finde ich es gut, dass er einen sich zeigt. Und ich finde es auch gut, dass er selbst dazu steht und sich nicht hinter seinen Anwälten versteckt. Jemand anderes schreibt, ich finde das mutig von ihm. Mutig als Mann, so über das eigene Verhalten zu sprechen, Fehler einzugestehen und über Dinge wie Konsens zu sprechen. Leider immer noch so oft unter Männern verpönt. Dann gibt es aber auch die, die sehr kritisch sind. Hier schreibt jemand, Männer erreichen das Level von Bewusstsein, das Frauen mit zwölf Jahren schon hatten. Die 3.456. lauwarme Entschuldigung für Aktionen, die bei den Opfern sehr wahrscheinlich seelisch schon und finanzielle Schäden erzeugt haben, reichen noch lange nicht aus. Zumal er sich jetzt als Woke King feiern lässt, dafür, dass er die Opfer nicht mit Anwälten einschüchtert. Looking at you, Till. Wir möchten Konsequenzen sehen. Was tut er, um sich zu bessern? Was tut er, um seine Schuld gegenüber den Opfern zu tillen? Jemand mit der Menge an Geld und Einfluss hat da viele Möglichkeiten, aber ich bin mir sicher, er nutzt das nur als Image-Kampagne. Demnächst ist er dann mit Respect-Rap bei der Sesamstraße oder so. Die Messlatte für Männer liegt einfach in der Hölle. Jemand andere schreibt, irgendwie peinlich, dass Frauen erst zu Menschen aufsteigen, wenn die Typen plötzlich selbst Vater werden. Bro, was willst du jetzt hören? Und dann gibt es auch Stimmen, die sich fragen, ob das alles so stimmt. Eine Userin fragt, ob es auch körperliche Übergriffe gab, die man nun versucht zu vertuschen. So, und die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie gehen wir damit um, wenn sich einflussreiche Männer den Vorwürfen stellen und sich entschuldigen? Und wir müssen jetzt einfach, weil das jetzt so ist, diese ganzen spekulativen Vorwürfe beiseite legen und zwar uns nur darauf konzentrieren, was jetzt in diesem Spiegelartikel behandelt wurde. Ja. Ja. Ich bin das so so viel irgendwie. Ach, ich weiß es nicht. Du glaubst ihm jetzt nicht, weil es halt daran gekoppelt ist, was die Vorwürfe sind, richtig? Also gut, ihr müsst halt verstehen, wir machen uns ja schon unser eigenes Bild, weil wir recherchieren, wir diskutieren, wir reden mit Menschen, die sich halt nicht öffentlich dazu äußern wollen. Und wir können natürlich jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Wir haben halt diese, ja, wir haben das ja auf Instagram geteilt, da gab es ja so ein paar Stimmen von Menschen, die haben nichts Konkretes gesagt, aber die haben halt gesagt, es wird was rauskommen. Dieses Interview sah irgendwie am Anfang anders aus oder dieser Beitrag sah am Anfang anders aus, angeblich vom Spiegel. Und dieser Beitrag wurde dann verändert und wurde dann zu einem Interview mit Kul Savasch. So, mit dem Hintergrundwissen frage ich mich, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Was ist los? Was ist die Wahrheit? Was steckt dahinter? Und wenn ich mit dem Hintergrundwissen mir dann das Interview durchlese, dann runze ich meine Stirn, weil ich mir denke, da stimmt irgendwas nicht. Wo kommt das auf einmal her? Genau, da stimmt aber etwas nicht, weil wir halt Hintergrundwissen haben. Genau, richtig. Und für mich hört sich das halt nach jemandem an, der direkt Schadensbegrenzung führt, weil er seine ganze Karriere aufs Spiel, also wird aufs Spiel gesetzt quasi mit der Sache. Rammstein ist jetzt natürlich jetzt davongekommen, sag ich jetzt mal und deren Karriere scheint irgendwie keinem. Aber er wird davon kommen, sie alle kommen damit davon. Genau, aber ich glaube, ihm ist es wichtig, sein Image aufrecht zu erhalten. Der will ja gar nicht wie Rammstein sein. Er will ja als positives Beispiel wahrgenommen werden. Ich glaube ihm auch, dass er jetzt so ist, aber... Ich finde, wir können halt nichts anderes tun, als den Leuten zu glauben, wenn sie sagen, ey, ich bin dabei, mich zu verändern und ich möchte mich verändern. Und das finde ich, das wird dann schwierig bei so Diskussionen, weil ich wette, dafür kriegen wir jetzt auch scheiß Kommentare ab, aber wir alle diskutieren immer über diese ganz großen Sachen und über Konsequenzen und ändere dich mal und hier und da. Und wenn Leute aber sagen, ich bin dabei, mich zu ändern und ich habe Scheiße gebaut, reicht es dann auch nicht. Und das ist halt schwierig. Und jetzt unser Hintergrundwissen mal ausgenommen. Genau, okay. Weil das ist alles vermutlich spekulativ, wir wissen nicht, was abgeht. In dem Moment, wo wir das halt lesen, müssen wir dem vertrauen, dass das so stimmt. Und wenn jetzt mehr Dinge rauskommen sollten, dann ist das wieder ein anderes Thema. Dann werden wir das neu beurteilen. Genau, weil wir sind kein Podcast, der irgendwelche Sachen im News breaken will, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, nee, nee, nee. Und dementsprechend können wir ihm nur glauben, dass er sich verändert hat und dass nicht mehr passiert ist als das. Ich glaube, was ich immer brauche ist, die Person muss eine Weile Gebüß haben. Deswegen, für mich existiert ja Cancel Culture nicht, wir sehen es ja auch, die Leute kommen immer zurück. Aber ich finde es schon gut, wenn Leute so für eine Weile einfach mal Kritik abbekommen. Ich meine, das tut er doch gerade. Genau, und jetzt fängt, glaube ich, diese Phase jetzt erstmal an. Und dann kann man auch sagen, du hast diese Scheiße gebaut, du hast jetzt dafür so ein bisschen gebüßt. Ich weiß, das ist ein sehr katholischer Gedanke. Und jetzt kann man sagen, okay, du hast jetzt daraus gelernt und dann können wir weitermachen. Ich glaube, ich brauche diese Phase, wo Leute da irgendwie das am Eigenleim spüren müssen, so ein bisschen. Aber es ist halt schwierig, das auch so zu messen. Was heißt büßen? Genau. Manche sagen, der soll genau... Eben, dieses Konsequenzen. Was für Konsequenzen wollt ihr denn genau haben? Weil die ganzen scheiß Kommentare sind ja auch Konsequenzen, dass er sich Dinge anhören muss. Genau. Wollt ihr, dass er keine Jobs mehr bekommt? Ist es das vielleicht? Nee, eben nicht. Also ich nicht, bin aber auch nicht von ihm betroffen. Genau, eben. Das ist es natürlich auch, wenn jetzt die Menschen, weil er meinte auch in dem Interview, dass er sich bei jeder einzelnen Frau, die sich noch melden wird oder sich gemeldet hat, persönlich entschuldigen wird. Das gehört für mich auch dazu. So, das hat er gesagt. Und wir können ihm in dem Moment nur glauben. Ja. Und deswegen finde ich es schwierig, wenn Leute sagen, ja, laber, rababer und hier und da und hast du nicht gesehen. Weil, okay, wie wollen wir denn dann diese Diskussion jetzt führen? Ja. Also wenn das so isoliert zu sehen ist, dann sehe ich total, was du meinst. Ich bin aber gespannt, was noch rauskommt. Falls noch was rauskommen sollte. Falls noch was rauskommt. Ich hoffe ja nicht, dass das stimmt, weil ich möchte nicht, dass jemand Opfer geworden ist. Ich hoffe für ihn auch nicht, dass er das gemacht hat, dass da irgendwas mehr dahinter steckt. Er hat Familie, er ... Wenn er einfach nur ein Arschloch war, in Anführungsstrichen, ist das eine Sache. Ich meine, wir alle kennen Männer, die einfach Arschlöcher zu uns Frauen sind. Ja. Und da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass die das halt reflektieren und einfach merken, ja, ich war scheiße zu dir. Da gab es auch eine Frage, weil, das hatte ich extra mit dem Mobbing gesagt, da meinte nämlich diese Interview und zu ihm, würdest du denn die Mobber von damals, würdest du den verzeihen? Und er konnte das auch nicht mit Ja beantworten. Und das fand ich auch, irgendwie hat das ein gutes Gefühl bei mir hinterlassen, dass er es auch verstehen würde, wenn Leute einfach weiterhin wütend auf ihn sind. Mhm. Ja, natürlich kann man auch jetzt wieder sagen, PR, PR, der labert, der labert. Ich weiß nicht, ob das PR ist. Aber einige haben das auch geschrieben, dass das nur Gelaber von dem ist und nur PR. Ach so. Und das ist halt auch schwierig, wenn du dann sofort sagst, dem glaube ich das nicht. Mhm. Wir müssen der Person irgendwo dann glauben. Mhm. Wenn sich das immer wieder holt und es keine Besserung gibt, ist das eine andere Sache. Ja. Dann kann man dem zweifeln. Aber jetzt Stand der Dinge, mit dem, was wir offiziell wissen, finde ich das eigentlich eine gute Herangehensweise, damit umzugehen. Weil eigentlich wünschen wir uns das immer von diesen ganzen Leuten, dass sie sagen, okay, ja, das stimmt. Ich habe es richtig versemmelt. Das könnte der Grund dafür sein. Ich habe das versucht aufzuarbeiten, zu reflektieren. Und was ich tun kann, ist einfach für die nächsten Generationen mit meinem Einfluss das besser zu machen. Ich meine, sobald solche Interviews da rauskommen, fängt ja Social Media an zu graben. Und zu suchen. Leute fangen an, sich zu melden. Genau, richtig. Deswegen, glaube ich, ist es jetzt wichtig, die Reaktionen abzuwarten. Ich finde es grundsätzlich natürlich immer gut, wenn sich Leute dem stellen. Es wirkt halt eher reaktionär. Ja. Aber gut, ist ja auch so. Und dann müssen wir gucken, ob er halt wirklich … Ich meine, was wäre sonst die Alternative für den gewesen? Das muss man sich auch mal finden. Weil sie nichts anderes machen können. Nee, genau, das ist es halt. Ach so, das ist der einzige Weg. Natürlich, das ist der einzige Weg. Wenn die Vorwürfe im Raum stehen, dann muss man halt sagen, okay, gut, ich verkrieche mich, ich hätt's Anwälte auf die los und mach alles nur noch schlimmer oder ich stelle mich in den Sturm. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Die Opfer sogar zu bestrafen. Genau, richtig. Und halt nur Anwälte rauszuschicken und sich nicht dazu zu äußern. Das machen ja manche. Der Till Lindemann macht das so. Der Lindemann hat das gemacht. Hier, der Bachelor hat das gemacht. Der Bachelor? Ja, da gab's doch auch irgendwelche Gerüchte, dass der irgendwie scheiß mit seinen Ex-Freundinnen umgegangen ist. Ach so, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Aber der hat das ja auch gemacht. Christian Wolf macht das. Der droht den Leuten ja sofort. Ja, genau. Ich bin der Meinung, der hat das alles gemacht. Okay. Das ist meine Meinung. Allegedly. Ja. Ja. Okay. Krass, ey. Ich hab so lange nichts mehr von dem gehört. Von wem jetzt? Von großer Warsch. Ja, der macht glaube ich einfach sein Ding. Deswegen hört man wahrscheinlich nichts mehr von dem. Nee. Der hat ja auch eine Zusammenarbeit mit Bad Bombs J und so gemacht. Und der meinte auch, dass er gar nicht mehr groß auf Tour geht. Der hat ab und zu vielleicht mal ein Wochenend auftritt. Er möchte einfach bei seiner Familie sein und einfach nur sein Leben chillen. Der hat gar keinen Bock mehr auf dieses große Tam-Tam. Ja, wenn du so ein krasses Leben geführt hast. Also ich glaube eben, dass das das auch, dass man so, ja, größenwahnsinnig wird. Wenn du einfach nur, alle lieben dich, alle wollen was mit dir zu tun haben, alle wollen dich anfassen, was auch immer. Das macht was mit dir. Verstehe ich, verstehe ich voll. Auf alle Fälle. Vor allem als Mann dann auch, ne? Und dann wird halt dein Verhalten noch bestärkt und Dinge sind okay, man macht die Augen zu. Ja. Und ja, da muss man dann halt die Record-Label, die Regierung, alle mögliche in die Rechenschaft ziehen, dass da mehr Kontrolle existiert. Aber gut, das wissen wir eh. Ja. Okay. So, Selena Gomez loves Benny Blanco. Darum hassen die alle. Oh mein Gott, ey. Das ist echt wild. Was hast du mitbekommen? Ich hab einfach nur mitbekommen auf TikTok, da krieg ich immer alles mit, dass alle sich mit Selena oder Selena sich mit allen streitet. Weil sie jetzt einen neuen Boyfriend hat. Ich dachte mir nur so, hä? Was? Aber okay, das ist ja eher so eine crazy Fan-Gemeinde. Also, no front an alle, with peace and love. Gibt das irgendwie, hier, wenn du über BTS was sagst, musst du ganz schnell Dinge machen. Love Army. Love Army. Das ist so ein Herz. Guck mal, voll süß. Aber es ist halt wieder diese typische, ja, diese verrückten Fans, die einfach irgendwie voll übertreiben bei allem und dann voll ausrasten und sie rastet mit aus, was ich oft sogar peinlicher finde. Ich find das so peinlich. Selena Gomez ist die meistgefolgte Frau auf Instagram. Ja, wem streitet die sich? Warum macht sie das? Okay. Ich erzähl euch erstmal, was abgeht. Okay. Für die Leute, die gar keine Ahnung haben, was abgeht. Vor ein paar Tagen verkündete Selena Gomez auf Instagram in ihren Stories, dass sie und Musikproduzent Benny Blanco frisch verliebt sind. Ach, in ihren Stories hat sie das gemacht? Mhm. Die hat keinen festen Beitrag. Wo haben sie sich dann gestritten? Pass auf. Okay. Genau. Diese Sache ist ja auch super schön, wird mich auch gar nicht interessieren, aber als ich diesen Streit in den Kommentaren gesehen habe, da war ich mir krass. Selena Gomez ist doch ein normaler Mensch. Übrigens auch, was ich auch interessant fand, ist, sie ist halt 31 und er ist 35. Also sie ist die meistgefolgte Frau auf Instagram, ist auch was älter und streitet sich einfach mit dem Kommentar. Ich komm da drauf nicht klar. Genau, sie postete halt zunächst so ein Schwarz-Weiß-Foto, wo man sie sieht in den Armen eines Mannes, der recht behaart ist. Und diese Story wurde dann von einer Fanseite gescreenshottet, gerepostet mit der Caption, dass Selena die Beziehung zu Benny Blanco halt bestätigt. Oder in einem Moment, da war noch nicht klar, wer es ist, aber dass sie halt in einer Beziehung ist. Und dann kommentiert sie Facts. Fakt. Alex. Wie Alex. Fakt. Aber das ist Fakt. Und dann wird dann halt in der Kommentarspalte halt so heftig diskutiert, dass der halt hässlich sei. Und das ist Ansichtssache. Und ich finde das auch, das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Wenn wir sagen, die bei Ariana Grande's Spongebob-Lover geredet haben, gelästet. Mir tut's auch echt leid. Ich merke auch, das ist echt scheiße. Aber meine Fresse, der sieht... Und halt auch, dass er aussieht wie Ariana Grande's Bruder, ne? Wirklich unigepunktet das manchmal. Ich muss immer so lachen. Okay, aber trotzdem, es war nicht richtig. Do as I say, not don't say as I do. Shame on us. Shame on us, genau. Und, ähm... Okay, warte, wo bin ich jetzt hier? Genau, da wird halt diskutiert. Und sie liked dann halt Kommentare, die ihre Beziehung halt verteidigen. Ah. Und kommentiert dann auf Kommentare, die die Beziehung angreifen. Ich stelle vor, die sitzt da so im Bett oder auf dem Sofa und guckt sich so alles an. Ja, in ihrer Menschen, so mit voll viel Geld und Reichtum alles und Sinne... Sie schreibt, er ist mein Ein und Alles in meinem Herzen. Er ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Er ist besser als alle, mit denen ich zusammen war. Das ist meine Aussage. Ne? Wir wüssten ja, mit wem Selena alles zusammen war. Justin Bieber. Wupp, The Weekend. Wupp, wupp. Äh... War da nicht irgendein Jonas Brother mit dabei? Ich glaub, ja. Dann noch jemand von One Direction war ein Gläbige dabei. Dann... War die nicht mit einem DJ noch zusammen? Calvin Harris. Calvin Harris, glaub ich, oder? Ne, das kann nicht sein. Die ist doch mit Taylor Swift befreundet. Jedenfalls, ich weiß nur von zwei Leuten, auf jeden Fall safe. Sie sagte dann auch, dass sie seit sechs Monaten zusammen seien. Und dann führt die so richtig Streitgespräche. Oh Süße, ich befinde mich seit ich 18 bin in Therapie. Ich weiß, was das Beste für mich ist. Und ich werde kämpfen, bis ich das bekomme, was ich verstanden habe. Oh mein Gott. Ich weiß, deinen fehlgeleiteten Input zu schätzen. Aber ich entwickle mich weiter. Fühl dich nicht gezwungen, mit mir zu wachsen. Jedoch musst du wissen, dass ich nie wieder mit einem Fuckboy zusammen sein werde. Sorry, dich zu enttäuschen. Oh, Shots fired. Das ist so witzig, ey. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Was? Okay, krass. Ach Gott, ey. Ich hab gar nicht gesehen, was die Fans kommentiert haben, weil das in den... Da waren so viele Kommentare. Ich hab immer nur gesehen, was sie halt kommentiert hat. Und es ist so peinlich. Es ist so cringe. Es ist das cringigste ever. In einem 2021 Vogue Australia Interview sagte sie, dass sie in den vergangenen Beziehungen... Also, dass die vergangenen Beziehungen verflucht waren. Und dass sie für gewisse Dinge auch einfach zu jung war. Ich liebe es, wenn Leute sagen, meine Beziehungen waren verflucht. Irgendjemand hat Auge gemacht. Ja, von außen. Das war nicht meine Schuld. Nein, nein, nein. Und dann... Und dann postete sie noch ein gemeinsames Bild mit Benni an ihrer Insta-Story. So, jetzt kommen wir zu diesem Kommentar, wo auch ein paar Leute von euch geschrieben haben, dass sie unter einem einen Kommentar kommentiert hat und irgendwie mit sich selber gestritten hat. Und ich so, hä, die sieht doch, dass sie das selber geschrieben hat. Dann hab ich nochmal nachgeguckt, was passiert ist. Also, ein User machte sich halt einen Spaß daraus und kopierte einen alten Kommentar, den Selena Gomez selber unter einem Post von Justin Bieber im Jahr 2016 dargelassen hat. Oh, okay. Er postete damals ein Bild von ihm und Sofia Richie, die Tochter von Lionel Richie, und löste in den Kommentaren einen Shitstormer aus. Warum lösten wir Sofia Richie nicht oder mochten wir sie damals nicht? Immer, wenn Justin Bieber eine Freundin hatte, die nicht Selena Gomez war, Schlangen-Emoji. I hate her, bitch. Ich glaube, dass Selena Gomez am Anfang auch sehr viel abbekommen hat, aber dann hat man die halt akzeptiert. Es ist richtig, richtig schlimm. Wenn einer von den beiden auch, ich glaube, Justin Timmerlec hatte ja auch lange damit zu kämpfen, weil, als er nicht mit Britney Spears zusammen war, zum Glück für ihn, dass es kein Social Media gab. Oder wer ist noch so ein Paar, die immer zusammengehören? Immer wenn du zum Beispiel hier Austin Butler, der Elvis gespielt hat. Mit der Vanessa. Der war ja mit Vanessa Hudgens. Stimmt. Zehn Jahre zusammen. Wirklich jeden Tag gibt es immer Kommentare dazu. Du wirst nicht in Ruhe gelassen. Get over it. Ja. Tja. Jedenfalls, genau, gab es dann ganz viele Schlangen-Emojis. Ich weiß gar nicht, ob... Nee, der Song von Taylor Swift war ja noch gar nicht draußen mit dem Schlangen-Emojis, ne? Reputation. Ihre Schlangen-Era. 2017. Stimmt. Ja, okay, nee, dann nicht ganz. Aber jedenfalls, gut, Schlangen-Emojis passt ja, ne? Ja. Genau. Und dann war Justin halt richtig wütend und hat dann das Bild... Ich glaube, ich will nochmal... Oder der hat die Caption geändert, dass wenn die Leute nicht aufhören, gemein zu sein und zu haten, würde er seinen Instagram-Account privat stellen. Das ist doch wie diese Influencerin, die einen Streik tritt, weil die Leute ihre Beiträge... Wenn ihr nicht mehr Engagement macht, dann bin ich still. Das müssen wir auch machen. Ja, genau. Wir posten... Die wollte wirklich... Wir schweigen einfach. Wir machen so 40 Minuten schweigen. Habt ihr kommentiert? Habt ihr geliked? Fünf Sterne? Fünf Sterne? Wo sind die fünf Sterne? Was war mit noch? Follower auf Instagram? Habt ihr die Werbung geguckt auf YouTube? Ja, man. Habt ihr Sachen bestellt? Nee, wir haben nichts mehr zu bestellen. Bestellt gar nichts mehr. Gar nichts mehr bestellen. Okay. So, und dann? Daraufhin kommentiert... Also, Selena Gomez hat dann unter diesem... Also, ne? Der hat die Caption geändert. Dann hat Selena Gomez damals kommentiert selber. Und dann sagt sie folgendes. Wenn du den Hass nicht aushalten kannst, dann hör auf, Bilder mit deiner Freundin zu posten. Es sollte etwas Besonderes zwischen euch beiden sein. Sei nicht sauer auf deine Fans. Sie lieben dich. So. Das hat dann ein Fan genommen. Ja. Und dann unter ihrem Post geschrieben und dann halt geändert mit deinem Freund, ne? So. Und dann add Selena Gomez. Und dann... Selena hat anscheinend nicht erkannt, dass sie diesen Kommentar damals verfasst hat. Was ich irgendwo verstehen kann, aber... Weißt du, halt 2016 war es super lang her. Aber es ist trotzdem super witzig. Und dann antwortet sie... Ich bin nicht sauer. Wir sind schon seit sechs Monaten zusammen. Ich werde immer Freunde, Familie und Fans verteidigen, bis ich sterbe. Selena Gomez ist aber auch so sehr... Oh, heavy. Aber es ist auch sehr, ne? Aber es ist auch Amerikaner, ey. Die sind so richtig so... Passionate. Passionate. Oi. Go. Oi. More passion. More passion. More passion. More energy. More energy. Alright, alright. Ja, die übertreiben es echt immer. Und dann kommt noch Gott rein. Und dann geht's los. Und dann... Oh, praise the Lord. So. Falls jemand Benny Blanco nicht kennt... Ihr kennt alle Benny Blanco. Beziehungsweise ihr kennt alle seine Arbeit. Okay. Ich bin gar nicht mit dir hergekommen, welche Songs der produziert hat und geschrieben hat. Das sind Songs, die hat er beides gemacht. Geschrieben und produziert. TikTok von Kesha. Don't Stop, Make It Drop. Ne? Und so. Teenage Dream von Katy Perry. Diamonds von Rihanna. Circus von Britney Spears. Payphone von Maroon 5. Wow. Und zählige andere... Wirklich alles. Geil. Dann arbeitete er auch mit Selena Gomez in der Vergangenheit schon zusammen. Oh oh. Er schrieb und produzierte unter anderem ihren Song Kill Him With Kindness und I Can't Get Enough. Er arbeitete allerdings auch mit Justin Bieber zusammen in der Zeit. Es gab ein Interview von ihm, wie er Justin Bieber verteidigt und angeblich Selena Gomez also austeilt. Da steht auf dem TikTok-Schick, Benny Blanco disrespects Selena Gomez only to praise her Ex, BF Justin Bieber. Alright, ich mach jetzt an, ja? Look, Justin is not one of those like cookie cutter pop artists. You know, they're like, this is my new single and here's my makeup line. And he's like, like Justin's like, yo, I have a pimple and I have anxiety today. Er sagte, dass Justin Bieber halt nicht eines dieser anderen Sänger... So eine Pick-Me-Sängerin ist. Genau, Pick-Me-Sängerin. So, hier ist meine Make-Up-Linie, hier ist meine Single, bla bla bla. Justin ist halt real, ne? Wenn der einen Pickel hat, dann trägt er diesen Pickel auch. Ja. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt keine Leute, die wirklich auch eine Make-Up-Linie hatten oder sowas. Es war nur Rihanna und Selena Gomez. Ah, so lange hat Selena Gomez ihre Make-Up-Linie? Anscheinend schon. Ich find's auch ein bisschen weit hergeholt. Letztendlich haben die zusammengearbeitet. Warum sollte er irgendwie eine Person dissen, mit der er viel Erfolg hatte und die verstehen sich doch bestimmt gut. Ich weiß es nicht. Ich find's ein bisschen weit hergeholt. Ich seh's auch, ja. Die Leute find's halt einfach nur witzig, so haha, er disst sie und die kommen zusammen. Ja. Dann gab's noch eine Sache, sie trug einen Ring, also hat ein Foto von sich selber gemacht, siehst du, da oben links, wo sie so ein B trägt. Und viele Leute denken, steht für Benni. Und die glauben, dass sie den Ring von ihm vielleicht geschenkt bekommen hat. Ja. Und dann geht's natürlich los. Leute haben diesen Ring auf Schienen gefunden. Und ich denk mir, okay. Und die denken, was jetzt? Oder dass Benni ihr... Benni den Ring auf Schienen gekauft hat und ihr gegeben hat. Ach Leute. Das... Nope. Come on. That's not happening. That is not happening. Es ist ja nicht so, dass Schienen nicht alles kopiert, was sehr, sehr teuer ist, oder? Genau. Wir haben ja in der Vergangenheit ja schon über so Linien gesprochen, hier Lola Weipart, wo es diesen Skandal gab, dass ihre Schmucklinie auf einmal auf Schienen auch zu kaufen gab. Auf AliExpress. AliExpress, nicht Schienen. Genau. Da muss ich aber auch sagen, so bekannt ist sie gar nicht, dass sie aufmerksam hätten werden können, meiner Meinung nach. Sodass, und dieser Stil war ja auch super überall available. Also glaube ich schon, dass es das vorher da gab. In diesem Fall, sorry, sobald wirklich, du kannst etwas posten und Schienen, AliExpress und etc. kopieren es sofort. Ja, ja, ja. Sofort. Die nehmen das ja, die verkaufen das schon im Shop, ohne dass es überhaupt produziert wurde und produzieren das super schnell, bis du das dann halt kriegst. Also ich glaube, das ist, don't quote me this, aber ich meine, dass dieser Turnover, so nennt man das, wenn etwas zu sehen ist, bis es zu kaufen ist, irgendwie nur zwei Wochen ist. Ja, ja, irgendwie sowas. Also crazy fast fashion. Ja. Deswegen nein, Leute. Come on. Hui, hui, hui. So, dann haben wir aber noch eine Frage an alle, weil... With peace and love. With peace and love. Ich mag Selena Gomez so als Mensch. Ich hab auch hier Waverly Place damals geguckt und ich mag sie, aber ich verstehe nicht, wie sie so berühmt ist. Dass sie auch wirklich der meistgefolgteste Mensch auf Instagram ist. Frau. Nicht Mensch. Mensch ist Cristiano Ronaldo, dann Messi und dann sie. Okay, dann Frau, weil, dass sie vor Kylie Jenner ist, obwohl Kylie Jenner so präsent ist, ist die so präsent, dass wir das vielleicht auch gar nicht einfach mitbekommen? Es geht, die macht super oft Social Media Pausen. Sie selber hatte vier Jahre lang kein Handy wohl oder kein Social Media selber. Sie ist ja auch nicht, ich meine, ist sie in Kinofilmen zu sehen? Sie war ja doch jetzt auf so einer Murder Mystery Geschichte bei Disney Plus. Die hatte halt Only Murders in the Building vier Jahre, hat halt ihre Make-up-Dinie, sie hat ihre Kochshow. Eine Kochshow hat sie? Ja, also ich sehe immer, sie kochen, also irgendwie ist da eine Show oder eine YouTube-Show oder so. Sie ist schon immer irgendwo präsent. Aber nichts so groß. So wie Taylor Swift zum Beispiel. Genau, genau, genau. Oder Beyonce oder so. Nee. Deswegen verstehe ich das nicht. Auch ihre Gesangskarriere, die lief zwar gut, aber jetzt auch nicht, also so mega gut und ihre Stimme ist ja auch ganz süß, aber auch jetzt nicht krass. Also ich verstehe das auch nicht. Ja, ja, warum ihr so viele Leute folgt? Ist das vielleicht die Verbindung zu Justin Bieber und das ganze Drama mit dann Hailey Bieber und den Jenners? Aber auch Justin Bieber hat ja nicht so viele Follower wie sie. Deswegen, ich check's auch nicht. Vielleicht ist das die spanische Community? Du hast ja mal gesagt, dass es sehr viele sind. Das ist ein extrem guter Punkt, extrem, weil eigentlich Leute, die eine spanische Community haben, auch so, wie heißt die nochmal, Lille Pons, kennst du die? Nee. Die macht so, ja, so Slapstick-Comedy einfach. Die hat einfach so übertrieben viele Follower, wo ich das auch nicht irgendwie verstehe. Die haben so einen krassen Support, auch wenn du so, auch Brasilien hinter dich hast, Argentinien und so, da geht's los. Ich glaub, das ist die Antwort. Ja, die Latinos. Die Latinos, Latinas, ja. Ja. Das ist eine krasse Community. Das könnt ihr es erklären. Und ich mein, auch Repräsentation zu haben, weil auch so Luma und hier der mit Jennifer Lopez einen Song gemacht hat zusammen, zu dem Film Marry Me. Genau, die kommen jetzt alle, was ich ja richtig cool finde, dass man voll die Diversität in der Musik-Community hat, auch jetzt hier mit Rosalia, voll geil und Gina, also, ja. Das stimmt. Deswegen, ja, hat sie wahrscheinlich so viele Fans. Krass, haben wir unsere Frage selber beantwortet. Aber ihr könnt uns trotzdem schreiben, warum seid ihr, wenn ihr Fan seid von Selena Gomez, warum seid ihr Selena Gomez-Fan? Dann geht's weiter mit ihrer Busenfreundin Taylor Swift. Denn sie hat jetzt einige spannende Sachen zu Kim und Kanye zu sagen gehabt. Wir haben es ja damals alle mitbekommen. VMAs, Kanye's Auftritt und dann noch so ein paar Seitenhiebe. Wie hast du das empfunden, dass Kanye einfach Beef mit Taylor Swift hatte? Ja, ich mein, ich erinnere mich ja noch genau an den Moment, wo er bei den VMAs hier, Taylor Swift is great, but Beyonce had the best video of all time. Und ich hab das, glaub ich, sogar live, weil früher bin ich immer wach geblieben und mit Beyonces Gesichtsausdruck und so wirklich, also danke Kanye dafür. Und letztendlich war es ja auch voll schön, als dann ja Beyonce ihren Preis bekommen hat und dann Taylor Swift das bekommen hat und dann sie halt sprechen lassen. Also ich fand, ich hab das halt nicht verstanden. I don't get it at all. Ich verstehe, dass es voll den so irgendwie Taylor Swift-Hype und aber auch Hate gibt. Ja. Und so ein bisschen so Taylor Swift und Beyonce auch gegeneinander ausgespielt werden. Sie wurde ja auch zur Woman of the Year ernannt oder so von Forbes, Taylor Swift. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie jetzt zu The Person of the Year von Time Magazine gekürt wurde. Genau richtig. Und da war ja auch Beyonce halt zur Auswahl, sag ich jetzt mal. Das stimmt. Und die Leute regen sich halt drüber auf. Also irgendwie hat man Taylor Swift so als weiße Frau, die man hassen muss, irgendwie getauft. Und Beyonce ist halt die schwarze Seite. Ja, aber beide polarisieren halt einfach krass. Ja, und vor allem beide hassen sich ja auch nicht. Die supporten sich auch gegenseitig. Ich kann den Taylor-Swift-Hype auch gar nicht verstehen. Also die Musik. Gar nicht, gar nicht. Nee, gar nicht. Ich find die Musik okay. Ich find sie okay. Sie ist halt so, ja. Aber nicht, weil du das gut findest. Aber kannst du das so wertschätzen, dass sie, also warum ist man Taylor Swift-Fan? Also ich bin's jetzt auch nicht unbedingt. Sie, ihre Texte sind halt total irgendwie anscheinend deep und sehr irgendwie beschreibende Situationen, in denen sich die Menschen halt befinden, extrem gut. Sie sollen eine gute Erzählengeschichte sein. Das stimmt aber wirklich. Also ihre Songtexte sind wirklich wunderschön. Und sie erzählt ja auch immer eine sehr lange und krasse Geschichte. Sie hat ja immer diese ganzen Eras und es ist halt sehr, das mag ich halt gerne an ihr. Sie macht das eigentlich auch so wie Beyonce. Die machen ja wirklich ein Komplettpaket, wo du eine Experience hast. Unsere, wir beide aber können halt mit der Taylor-Swift-Experience nicht so viel anfangen. Wir können halt mehr mit der Beyonce-Experience anfangen. Ich verstehe das schon, aber es ist trotzdem crazy. Ja, überhaupt generell. Das ist wirklich krass. Die machen ja Zahlen, diese Leute. Auch Beyonce. Deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert, lest euch mal diesen Time-Magazine-Artikel zu ihr durch, weil die auch beschreiben, dass immer, wenn Taylor Swift in irgendeinem Land ein Konzert hat, dass der BMI, das Bruttoinlandsprodukt, BPI, dass das Ding hochschießt und das ist verrückt. Und das, warte, das ist aus meiner Erinnerung, anscheinend auch, da gab es ein Konzert irgendwo in Seattle oder so und das hat einen kleinen Erdbeben ausgelöst wohl. So irgendwas. Und jetzt war diese Lautstärke und die Leute, weil du hast ja, es gibt ein Video, das blende ich mal ein, wo man innen drin Leute, alles, das ganze Stadium, was irgendwie so 30.000, 40.000 Leute umfasst, ist komplett randvoll und draußen sind nochmal fast genauso viele Leute. Weil du hörst das ja auch. Ja. Crazy. Crazy, wie viele Leute das sind. Ja. So, am 06.12. wurde sie gekürt, Person des Jahres und dieser Artikel lässt ihre Karriere und ihren Einfluss Revue passieren. Und was halt jetzt besonders spannend war, was öffentlich diskutiert wurde, Taylor vs. Kanye West. Nochmal die Fakten straight. 2009 stürmte er ja die VMA-Bühne, als Taylor Swift eine Auszeichnung erhielt und sagte mehr oder weniger, sie hat diesen Award eigentlich nicht so richtig verdient, Beyoncé sei geiler. Er entschuldigte sich aber ein paar Tage später für sein Verhalten. Taylor Swift bestätigte auch, dass sie die Entschuldigung erhalten hat. 2013 aber nahm er das alles zurück und dann fing er wieder an, sich mit ihr zu beefen und seit 2015 ist auch eigentlich alles wieder cool. Swift, also Taylor Swift, nennt den Moment mit den VMAs ein einschneidendes Erlebnis in ihrer Karriere, weil viele Rekordlabels anfingen, sie austauschen zu wollen, weil sie nicht mehr interessant genug waren. Sie beschreibt auch spannend, dass in der Musikindustrie Leute gerne mit 29 ausgetauscht werden. Also man versucht sich die Leute jung reinzuholen, weil sie beeinflussbar sind, weil man alles mit denen machen kann und sobald sie erwachsen genug sind, um zu verstehen, wie das Business funktioniert, werden sie meistens abgeschoben. Und sie war an diesem Wendepunkt, wo sie gemerkt hat, okay gut, irgendwas krasses passiert jetzt und ich muss das irgendwie hinbekommen. Deswegen hat sie auch die Entscheidung getroffen, ihr Image zu wechseln. Ihre Musik veränderte sich, sie schrieb ihre Songs selbst und sprach auch oder sang viel über ihre persönlichen Beziehungen. Und das baute sie ein, dass Fans einfach das Gesungene entschlüsseln sollen. So kleine Quiz hat sie da eingebaut. Easter Eggs und so, genau. Wobei sie hat, glaube ich, immer schon ihre Lieder selbst geschrieben. Ich glaube, da fing, ich weiß es nicht, keine Ahnung, so tief bin ich ja nicht reingegangen. 2014 veröffentlichte sie dann ihr Album 1989 und da begann auch, also sie erreichte wieder den Höhepunkt. Und da begannen auch die ganzen Verschwörungen rund um ihre politische Einstellung. Auch heutzutage wird ja diskutiert, ob Taylor Swift wirklich Feministin sei und ob man sie ja wirklich unterstützen könnte, bla bla bla. Sie sagt dazu, I had all the hyenas climb on and take their shots. Also ich hatte überall diese Hyänen, die hochgeklettert sind und halt versucht haben, mich abzuschießen. Genau. Einer dieser Hyänen, der 2016, also zwei Jahre später, den Song Famous veröffentlichte. Und dort singt er, for all my south side and that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. I made that bitch famous. Und daraus entstand dann auch dieses Narrativ, dass Kanye Taylor Swift berühmt gemacht hätte. Nee, Junge, komm. Und ja, und mittlerweile battlen die sich. Wer hat wen eigentlich wirklich berühmt gemacht? Niemand hat jemanden der beiden berühmt gemacht. Like, calm down. So, und dieser Song entfachte natürlich eine Kontroverse, weil Taylor diese Lyrics nie zustimmte. Sie wollte das nicht. Woraufhin dann Kim Kardashian einen Clip teilte, das habe ich ja doch auch letztens, glaube ich, gezeigt, wo man die beiden am Telefonieren sah und wo das so zusammengeschnitten wurde, das sagt Taylor im Nachhinein, und das wurde so zusammengeschnitten, dass Taylor irgendwie das Go dafür gegeben hat. Well, is it gonna be mean? No, I don't think it's mean. Okay, then let me hear it. Okay, it says, um, and the funny thing is, when I first played it and my wife, um, heard it, she was like, huh, what, that's too crazy, blah, blah, blah. And then, like, when Ninja from, um, uh, Deantwerd heard it, he was like, oh my God, this is the craziest shit, this is why I love Kanye, blah, 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 that kind of thing. And now it's like my wife's favorite fucking line. I just want to give you some premise of that, right? Okay. Right. So it says, to all my Southside-Niggas that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex. That's not mean. Okay. Und danach wurde Taylor Swift nämlich eine Schlange genannt von allen. Mhm. Deswegen das Snake-Emoji, was wir jetzt sehen werden. Genau. Jetzt, wo das natürlich für ihre Perspektive raus ist und wo sie auch sagt, das war so schlimm für mich, ich bin weggezogen in ein fremdes Land, ich konnte nicht mehr aus der Wohnung raus, ich hatte Angst, Anrufe zu bekommen, das hat sich wirklich wie ein Karriere-Tod für mich angefühlt. Das war wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit. Sind die Swifties nun auf Kanye und Kim los und kommentieren jeden Beitrag. Ihr könnt wirklich, geht auf, es gibt Kanye West nicht mehr auf Instagram, aber es gibt andere Seiten. Genau. Und auch bei Kim Kardashian, entschuldige dich, endlich kommt die Rache, wir Swifties machen dich fertig, Schlangen-Emojis überall, es ist crazy. Hat sich Kim nie dafür entschuldigt? Nein. Sie meinte halt, sie war halt mit ihm verheiratet und sie wollte Parteiführen ergreifen, sie wollte ihn halt schützen. Das sagte sie 2020, dass sie das Gefühl hatte, sie musste jetzt an der Seite ihres Mannes stehen. Und da mal, ja, wer weiß ja auch, was Kanye ihr erzählt hat. Ich meine, okay, man muss ja auch sagen, da gibt es ja auch immer diese Beefaronis da mit Kim. Wer, wer mit wem befreundet ist, dann bist du irgendwie auf der Gigi Hadid-Seite. Stimmt. Mit, ähm, Kendall, Kylie und so. Deswegen, die sind eh anti Taylor Swift. Ja. Weil die irgendwie mit Justin Bieber, ach Gott, keine Ahnung, ey. Genau, und jetzt gerade sind alle richtig stinkig auf Kim und Kanye. Die wären es wahrscheinlich die genug. Also Kanye soll da so. Kanye, der vor kurzem hier, wobei ich hab's geteilt und, oh, ich kann's kaum erwarten, aber ich muss diesen Song hören, wo der Everybody von Backstreet Boys gesampelt hat mit einem anderen Künstler. Aber auf diesem Video, der hat ja so ein Clip gepostet bei sich, bei irgendjemandem in der Story, keine Ahnung, wer diesen Account jetzt leitet. Ja. Wo er ja hinten auf dem Rücken, ähm, hier, den deutschen, doppelköpfigen Adler trägt. Der kann's auch nicht lassen, der Typ. Ja, die Vermutung ist jetzt, dass es wieder ein antisemitisches Symbol ist. Also der Doppelkopf-Adler ist an für sich kein antisemitisches Symbol, um Gottes Willen, gar nicht. Hier in Albanien ist es ja auch auf der Flagge und so weiter. Das ist eigentlich gar kein problematisches Symbol, aber es ist halt eher so die Kombination zu den Dingen, die er gesagt hat. Dass er ja auch in Berlin damals mit der Bianca irgendwie mit so Polizeit-Shirts gesichtet wurde. Genau, also das wird schon als faschistisches Symbol manchmal, je nachdem, wahrgenommen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich hab's extra gegoogelt, weil ich kenn das auch nicht als faschistisches Symbol. Oh, es wirkt halt nur so. Vielleicht wegen einem Reisadler oder so, keine Ahnung. Dennoch, ich weiß es nicht. Es ist, ich hab's auch nicht so verstanden, aber klar, im Kontext all dessen, was er so getan hat, kann ich schon verstehen, woher so das mulmige Gefühl kommt. Ja. Aber das ist es mit Kanye, ich kann nie einschätzen, ich kann den einfach nicht ernst nehmen. Ich verstehe es nicht. Nee, für mich hat der einen an der Waffel die ganze Zeit. Weil der halt auch krass Flip-Flop ist, von super einsichtig sein, reflektiert sein, richtige Dinge sagen, zu maximal ... Das muss doch was mit seiner Diagnose zu tun. Ja, der ist schwierig. Das ist ein schwieriger Mensch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Huh, genau. Krass. Ich bin, ja, ich bin ja echt gespannt, ey. Was Kim da noch macht. Aber ich glaub nicht, dass sie sich drauf einlässt. Oder vielleicht gibt's dazu in der neuen Staffel The Kardashians. Ja, das könnte sein. Was für ein Statement dazu oder so. Das wär nicht cool. Das ist doch perfekt für The Kardashians, ne? Okay. Dann hab ich noch eine Watch-Empfehlung für euch. Jen V. Das ist ein Spinner von The Boys. Darüber hatten wir schon vor 50 Folgen gesprochen. What? Ja, fünf Folgen. Warte, das ist die 99. Folge. Nächste Woche ist die 100. Folge. Also wir haben zwar eigentlich schon mehr als 100 Folgen aufgenommen, aber wir haben ja immer so Specials und die zählen wir dann nicht. Genau. Wir zählen nur die OK-Ciao-Podcast. Okay. Kurz. Wer die The Boys nicht kennt, die Serie spielt in einer Welt, in der Superhelden als Berühmtheiten gefeiert werden. Dabei handelt es sich jedoch um ein knallhartes Geschäft, hinter dem der mächtige Großkonzern Wort steckt, der es versteht, seine Heldinnen zu inszenieren und zu vermarkten. Hui. Ja. So. Drei Staffeln gab's bisher von The Boys. Staffel 4 wird auch was mit. Dem Spin-Off zu tun haben. So. Nachdem man jetzt bei The Boys die Welt der Erwachsenen-Soups, wie man die kurz nennt, kennenlernen durfte, beleuchtet die neue Serie das Leben einer jüngeren Generation in diesem Universum an der Godalkin University. Diese wird von Wort betrieben und ist das einzige College nur für SuperheldInnen. An der Uni stellen sie im Kampf um den ersten Platz ihre körperliche und moralische Grenzen auf die Probe. Was richtig oder falsch ist, lässt sich nicht genau definieren. Wer ehrgeizig ist, muss Opfer bringen. Also total krasse Dystopie. Dann kommen dunkle Geheimnisse der Universität ans Licht und die Studierenden müssen sich damit auseinandersetzen, auf welcher Seite sie stehen wollen. Oh, ich liebe Gen V. Fand ich so cool. Also The Boys ist für mich immer noch Number One. Ja. Aber ich mochte das Spin-Off super gerne. Ich mag ja keine Spin-Offs eigentlich. Mir ging es so oft die Nerven, dass Grey's Anatomy diese, ich glaub zwei, gibt's nicht zwei Crossover schon gemacht hat? Mit, äh. Nee, die letzte mit dem Feuer, mit dieser Feuerwehrstation. Und dann mit der Edison. Private Practice war aber gut. Das war aber, ja, das war schon eine sehr eigenständige Serie, fand ich. Aber das war eine gute Serie. Aber das kann ich echt nur empfehlen, Leute. Eine Staffel, Zweitstaffel wird's davon geben. Und, ähm, genau. Und es wird auf jeden Fall in der vierten Staffel von The Boys behandelt, was in der ersten Staffel Gen V. passiert ist. Es gibt nämlich zwei Vorfälle, welche ich erzähle natürlich was. Und wir werden also Charaktere von Gen V. bei The Boys sehen. Cool. Ich freu mich. Und ich hoffe, dass wir Dingens wiedersehen. Deinen Liebling? Dean Winchester. Wer ist der super Held? Ich weiß es nicht mehr. Das Pendant zum Homelander. Ich, ich liebe ihn einfach. Ich weiß es. Er ist ja, Jensen Eccles ist beautiful. I know. Oder findest du auch, oder? Ist okay. Marie, du googlest den jetzt sofort. Ich kenn den. Zeigst wahrscheinlich Bilder von dem. Bro, guck mal. Der ist, der ist süß, auf alle Fälle. Der ist perfekt. Guck mal, seine Wangenknochen. Guck mal, sein. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAO Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wer uns hört. Und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. OK, ciao. 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 Ciao.